Don, Don, Donkey Kong Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Donkey Kong 64 gotione Tor! modo zippo Dann klatsch eine die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Donkey Kong 64. Schon etwas länger angekündigt, aber jetzt ist es endlich hier. Donkey Kong 64, wirklich ein Spiel basierend auf Humor und es ist wirklich einfach ein geiles Game. Also, nicht lange fackeln, wir starten hier natürlich sofort. Möglichst schnell den Spoiler wegdrücken! So. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Fass ist es. Aber was mache ich jetzt damit? Hm. Ja, willkommen im Menü. Ja, Donkey Kong schmeißt jeweils immer das Fass auf das, was er schmeißen will oder anwählen will, so wie man es nennt. Abenteuer ist es natürlich, dass wir es hier machen wollen. Äh, ich guck mal ganz kurz rum. Spiel 1. Ah, okay. Fertig. Das hier. Ja, schon ganz recht fertig. Und was ist hier? Auch fertig. Aber wo habe ich länger gespielt? Da waren 29 Minuten. Da war er etwas kürzer. Also. Also. Auf zum Löschen. Spiel 1 war's. Ähm, jo. Zack. Okay, da ist Spiel 1 frei. Und wir können es anwählen. Ihr seht, 0%. Null. Sag ich noch nicht so zu. Und natürlich noch nie gespielt. Und nur Donkey Kong als, naja, spielbaren Charakter. Ja, starten wir gleich. Jetzt kommt gleich das Intro. Was ja ultra episch gemacht ist. Ich wolf eins. Und, jetzt bin's. Und, jetzt bin ich noch zu. Das ist so zu. Eine Folge. Ich bin doch gar nicht mehr. Ich bin ja auch ein Isch. Hier ist mein Hund. hier auf der donkey kong insel was ist das hier eine riesige maschinerie die anscheinend im wasser umher schwimmt ich meine umher so was ist es bloß ja 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 Ich habe lange Zeit für diesen Moment erwartet. Soon, Donkey Kong und seine älteren Irland werden wir nicht mehr. Beides helfen Sie... ... denn es ist schön, dass ich uns nicht herumstehe... ... nein... ... nein, kein Problem, wer kann sich fliehen. Und da geht's dann wieder. Der Alarmstüfe klart! Sogar der fette Chef schaukelt mit. Ach, wer kennt's nicht. Einmal in die Leitplanke gefahren, aber in diesem Fall ist es der Stein. Oder der Felsbrot. Wachen kommt dabei. Hat es geheißen. Und der Digger muss natürlich auch noch mit. I hope for your sake you're right this time. No. While you'll be busy looking for your precious golden bananas, Cleveland friends, I'll be preparing my lizard favorite surprise. I'll be back to you. I'll be back to you. D.K. D.K. Come on, quick! mein gott quarks was ist denn los erstmal auf der bananenschale ausrutschen und dann gehen wir mal raus die donkey gong insel mieten im pazifischen ocean nein natürlich nicht aber könnte es sein dein wertvoller bananen vorrat ist mitsamt den anderen ganz verschwunden ich kann sie nirgends finden dicker besser du bringst cranky die schlechten nachrichten ja das sollten wir wohl tun aber wo ist cranky starten wir mal einen besucher ab ich hoffe er ist zu hause das sieht doch vertrauenserweckend aus cranky ist wenn das nicht mein nichts nutziger so ist du hast wieder deine goldene bananen versorgen und wo waren deine lausigen kumpels du weißt es nicht sinds das riecht doch nach den machenschaften dieser fiesen exe monde ein glück dass wir meine selbstgemachten tränke das notwendige gesick verleihen das du für dein lächerliches 3d abenteuer brauchst aber erst musst du durch die trainings fässer hau ab und komm bloß nicht zurück bevor du damit fertig bist meine güte der opa beziehungsweise ist er der vater was meint cranky mit tränen donkey ist verwirrt ja wir sind es auch aber ich schätze um diesen trank zu kriegen brauchen wir diese trainings fässer also nichts wie aufbrechen freunde da sind sie schon und sie warten auf uns sie fliegen sie drehen sich und schreien okay was wird das drückt um zu tauchen halt der a oder b um schneller oder langsamer zu tauchen drückt und bremst ab okay das tue ich jetzt gerade mal und also sie tun mussten war diese münze anzusammeln ja gut das war ja nicht so schwer ne next und sammeln dir die orangen halte z und drücke rechts um sie zu werfen wir vereinfacht fünf orangen und du bist hier fertig okay also ich sammle hier die orangen und jetzt werfe ich dir mal die explodieren fette sache gut was hatten wir denn schon münzen unter wasser explodieren orangen besser kann es ja nur werden mach doch sowas explodieren fässer oder was drücke b um einfach zu heben und b um es wegzuschleudern wenn du fünf fässer weggeschleudert hast kommst du weiter okay gegen den baum ist immer schneller sonst muss er noch gegen die wand knallen also zack und zack und da ist ja noch eins gut gemacht und okay was wird hier verlangt drücke h und zwischen den jahren zu angeln und hier um dich an einer liane zu drehen drücke z um von der liane abzuspringen ja ja okay erst mal den baum erklimmen und jetzt müssen wir ja springen springen zack gut gemacht gut gemacht da freut sich der arfe ja heilung dk los holt ihr den tag von cranky und dann nichts wie weg weg tja den trank holen wir von cranky aber erst im nächsten part freunde im nächsten part jetzt richtig los mit adventure und scheiße und kacke und äh banan ähm banan ja okay dann würde ich sagen bis zum nächsten mal freunde bis dann und ciao